Das hat gerade geflogen. Du kannst sehen, eine Statue von einer Frau, die in die Brauerei besucht hat. Jetzt fahren wir linksseitig am Fischmarkt aus dem 19. Jahrhundert vorbei. Nur ein kleiner Teil davon wird immer noch fast täglich vormittags genutzt. Das ist der große Teil. Das ist der große Teil. Jetzt sehen Sie einige Holzfassaden vor uns. Die Häuser wurden ungefähr 1920 gebaut. Das ist der Hotel jetzt. Das ist der gleiche Motel für den Film Inbruch. Mit einem Gulland Feral. Das ist der Hotel. Das ist der Hotel. Nein, ich muss es nicht mehr sehen. Ich kann es nur, ich habe das Gefühl. Amgen die Tränschen sind eine Frau und eine Frau. Das ist die Mary von Burgundy. Das ist die Brewer. Das ist die Brewer. Wenn du eine Markt hier haben, ist das der Kranz. Das ist eine Flormark. Die Bonifatiusbrücke Die Bonifatiusbrücke Die Bonifatiusbrücke